Lebensmittelkombinationen zum einfachen Gewichtsverlust Entdecke einige Lebensmittelkombinationen, die ein leichtes Abnehmen ermöglichen und verabschiede dich von den überflüssigen Pfunden. Abnehmen ist immer eine Herausforderung, denn man muss dazu seine täglichen Angewohnheiten ändern. Der erste Schritt ist immer, die Lebensmittel zu organisieren. Schließlich musst du jene wählen, die gesund sind und dir schmecken. Das ist zum Glück möglich und in unserem heutigen Artikel beschreiben wir dir einige Lebensmittelkombinationen zum einfachen Gewichtsverlust Du wirst schnell bemerken, dass gesundes, leckeres Essen und Abnehmen keine gegensätzlichen Konzepte sind. Diese Lebensmittelkombinationen zum einfachen Gewichtsverlust erhöhen den Stoffwechsel und reduzieren Fett. Nimm sie in deinen Ernährungsplan auf und ersetze damit fettige, industriell hergestellte und weniger gesunde Lebensmittel. Erste Hühnchen und Killischoten Lebensmittelkombinationen zum einfachen Gewichtsverlust Unsere erste Lebensmittelkombination ist eine Mischung aus einer der günstigsten Proteankwellen mit einem Hauch Schärfe. Hühnchenfleisch lässt schnell das Sättigungsgefühl eintreten und fördert außerdem die Bildung von Muskeln. Wenn du tatsächlich Gewicht verlieren möchtest, so wähle die mageren Stücke aus. Am besten eignet sich Hühnchenbrust, doch du kannst auch den Schlägel benutzen. Ziehe nur die Halt und kleinen Fettreserven vorher ab. Hühnchen und Killischoten Killischoten enthalten Capsaicin, das ist ein Element, das dazu beiträgt, den Organismus zu aktivieren, und die Fettverbrennung zu beschleunigen. Es wirkt auch als Antioxidans. Wenn du nicht besonders gerne scharf isst, so füge einfach nur eine milde Schote ohne Samen zu deinem Gericht hinzu. Dadurch erhältst du den Geschmack und die Gesundheit zu nutzen, ohne dabei wegen der Schärfe zu leiden. Du kannst eine Hühnchenbrust auch mit ein wenig Kili-Pulver, Salz und Zitronensaft bestreuen und sie dann grillen. Das gibt dem Gericht einen besonderen, leckeren Geschmack. Zweite Vollkornbrot mit Avocado bestrichen und keine Pfeffer bestreut. Die zweite unsere Lebensmittelkombinationen zum einfachen Gewichtsverlust ist ideal für ein schnelles und leichtes Frühstück. In den letzten Jahren wurde die Avocado zur Mude, da sie sehr reich an gesunden Fetten ist, die unsere Arterien beschützen. Avocado und Vollkornbrot Vollkornbrot unterstützt den Gewichtsverlust, da es mehr Ballaststoffe als normales Brot enthält. Außerdem fühlst du dich so länger satt. Stelle nur sicher, dass es auch wirklich Vollkornbrot ist, denn einige kommerzielle Versionen sind nicht empfehlenswert. Lies die Etikette und vermeide Brot mit raffinierten Mehlen und Zuckern. Keine Pfeffer enthält ebenfalls Kapsaicin und somit dieselben Gesundheitsnutzen wie Kieleschoten. Wir empfehlen dir, ihn sparsam zu benutzen, damit er deinen Gaumen nicht belästigt. 3. Der Apfel mit Etnusbutter und Zimtpulver Wenn du nachmittags Lust auf etwas Cremiges hast, dann probiere doch mal diese Option. Sie ist ein wirklicher Klassiker. Etnusbutter enthält einfach ungesättigte Fettsäuren. Die haben den Vorteil, dass sie schon durch wenig Menge viel Sättigungsgefühl auslösen. Sie enthält auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die das Insulin im Körper regulieren. Äpfel hingegen enthalten Ballaststoffe, die die Fettverbrennung um den Bauch fördern. Sie haben auch Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien, die deinen Organismus stärken. Apfel, Etnusbutter und Zimt Zimt enthält Polyphenole, die den Blutzucker stabilisieren und Glukosespitzen vermeiden. Durch seinen Gehalt an Zimteldehyd, das ihm seinen typischen Geschmack verleiht, unterstützt er ebenso die Fettverbrennung. Auch wenn diese Kombination sehr lecker ist, so solltest du nicht zu viel davon essen. Des Weiteren empfehlen wir dir, die Etikette der Etnusbutter zu lesen, um dich zu versichern, dass sie weder Natrium noch chemische Zusatzstoffe enthält. Vierte grüner Tee mit Minze und ein paar Tropfen Zitrone trinkst du gerne Kaffee morgens? Wir möchten dir vorschlagen, ihn durch unsere vierte Kombination von Lebensmitteln zu ersetzen. Grüner Tee ist eines der Lieblingsgetränke vieler Menschen, die einen gesunden Lebensstil suchen. Das liegt daran, dass er viele Antioxidantien enthält und generell gesundheitsfördernd wirkt. Vielleicht wusstest du aber noch nicht, dass er ebenfalls die Fettverbrennung unterstützt und die Qualität der Zellen verbessert. Grüner Tee mit Minze Wenn du dann noch einige Tropfen Zitrone zum Tee hinzugibst, dann verschnellerst du den Prozess des Gewichtsverlustes wegen der Polyphenole und des Pektins. Minze reduziert den Appetit und verleiht uns ein Sättigungsgefühl. Welches ist deine Lieblingskombination? Kannst du uns weitere Kombinationen empfehlen?